Das war ein ganz, ganz großer, fantastischer Auftritt. Du singst das mit einem wahnsinnigen Gefühl. Und alle diese drei Sachen, da kann man nur wirklich sagen, das ist also super Talent, das ist das, was wir hier genau suchen. Also auch für mich persönlich, ich kann es nur betrachten, das ist magic. Weil er eine Begabung hat, die eigentlich nur er hat. Ich kann auch nicht mehr sprechen, ich kann einfach nicht mehr sprechen. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich kann nicht mehr sprechen, 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 ich Applaus Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Es ist mir eine besondere Freude, hier in Neusten zu sein. Und ja, Kabel dir nutze den Tag. Und das haben Sie heute Abend ja genau so übernommen, wie ich auch jetzt hinter der Bühne schon hören konnte. Riesen Applaus für die Leute, die hier auch den Tag genutzt haben und weiterhin nutzen werden. Und jetzt hören wir mit großer Freude, darf ich Ihnen jetzt diese Hymne am Beginn jetzt vorstellen. Das Kabel dir. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020